Wir haben uns für den Automotive Business Award beworfen mit unserem Elektromobilitätszentrum. Wir versuchen hier ein neues Store-Konzept. Wir haben eine Verkaufsfläche für die neue Marke Aua. Wir waren einer der ersten Partner, die den Händlervertrag unterschrieben haben und gehen mit großer Zuversicht die Zusammenarbeit für die nächsten Jahre an und ergänzen das Ganze noch mit weiteren elektrischen Mobilitätslösungen. Das sind E-Roller verschiedener Fabrikate, das sind elektrische Seniorenmobile, es gibt elektrische Kabinenroller, Mini-Cars. Auch da sind wir für die Zukunft offen, noch weitere Lösungen unseren Kunden anzubieten. Wir als Autohaus 1 möchten natürlich unsere bestehende Markenwelt mit Mitsubishi und Kia und unserem großzügigen Servicebereich weiter ausbauen, vor allem hier am regionalen Markt. Wir sehen aber auch eine sehr große Chance mit unserem Elektromobilitätszentrum, hier für die verschiedenen Marken und für die verschiedenen Anbieter, die vielleicht noch kommen, eine Lösung anzubieten und vor allem für die Marke Aura und wahrscheinlich zukünftig auch die Marke Way sehen wir großes Potenzial, dass wir auch hier in unserer Region zusätzlich zu unseren bestehenden Marken einen wichtigen Part übernehmen können.